Wenn am Himmel von Mecklenburg-Vorpommern die Sonne untergeht, beginnt für viele Menschen im Land die Nachtschicht. Das gesamte Strafgesetzbuch gehört zu ihrem Aufgabenbereich. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Schwerin sind jede Nacht im Einsatz, um das Gesetz zu wahren und unser Leben sicherer zu machen. Wir waren eine Nacht lang dabei. Schwerin, Großer Drehsch. Es ist 18 Uhr und für das Team des KDD rund um Kriminaloberkommissar Jens Fuhrmann beginnt der Dienst. Die Beamten arbeiten in der Regel zu zweit. Wir sind heute zu dritt, weil wir eine Praktikantin bei uns haben, die hier aus dem Hause ist. Sie ist recht frisch dabei, sie soll hier was lernen und deshalb sind wir heute zu dritt. Der Regelfall ist, dass wir zu zweit arbeiten. Dienstbeginn ist 18 Uhr, dann sind wir für insgesamt zwölf Stunden hier im Dienst. Ich bin jetzt hier der Dienstgruppenleiter, also der Verantwortliche für die Schicht. Ich bin dann in der Regel auch der Erste hier. Dann erfolgt die Diensteinweisung, also die Dienstübergabe. Dann arbeiten wir entweder Sachverhalte der Vortage auf oder aber wir warten dann auf neue Einsatzlagen. Zu Beginn ihrer Schicht entscheiden sich die Beamten auf Streife zu fahren. Auf den Straßen ist am frühen Abend noch nicht viel los, aber dann fällt den Beamten in einem Einfamilienwohngebiet ein junger Mann mit Kapuze auf. Guten Abend, Fuhrmann, Guido Schwerin, hallo. Es geht darum, dass wir hier gerade eine Streife durchführen im Wohngebiet. Ist ja in letzter Zeit auch hier und da hier eingebrochen worden. Kennen Sie alles und deshalb sind wir hier in Zivil unterwegs und deswegen kontrollieren wir dann quasi. Das ist Ihr Sohn, ja? Ja, er holt mich ab, ich komme vom Sport, weil das hier so ein bisschen dunkel ist und mit der Weg da. Alles klar. Negativ. Ja, danke, das habe ich mit. Auch die Personenabfrage ist zugunsten des jungen Mannes. Ich denke, nicht, es ist immer so ein bisschen... Alles schick. Schönen Abend noch. Dankeschön, gleich kurz. Dann denken Sie mal die Jungs, die hier einsteigen. Wir werden unser Bestes geben. Wir bemühen uns, sehen Sie ja. Danach beschließen die Beamten, sich auf den Weg zurück in die Wache zu machen. Zurück in der Dienststelle erfahren Sie, dass während Ihrer Abwesenheit eine Vermisstmeldung eingegangen ist. Sie hatten bei uns angerufen, dass der *** schon wieder weg ist. Ist das richtig? Ja. Ist auch noch so, ja? Der ist immer noch weg. Die vermisste Person ist kein Unbekannter. Der Jugendliche wohnt in einer WG-Einrichtung und ist schon öfters ausgebüxt. Polizei-Oberkommissar René Will notiert sich, welche Kleidung der Vermisste zuletzt getragen hat und nimmt die Vermisstmeldung offiziell auf. Danke. Tschüss. Ich habe jetzt eine Vermisstenanzeige aufgenommen zu dem Jugendlichen, der halt von der WG-Einrichtung als Vermisst gemeldet wurde. Ich habe eine Personenfahndung ausschreiben lassen, beziehungsweise wird über das LKA deutschlandweit ausgeschrieben. Ich habe der Personenfahndung ein aktuelles Foto beigefügt. Eine weitere Kopie geht ans Polizeihauptrevier. Da bringe ich das jetzt zum Dienstgruppenleiter, dass die halt in ihrer Streife auch die Personenfahndung mit einbinden können. Des Weiteren werden wir jetzt die Bundespolizei, den Nahverkehr und die Schweriner Taxigenossenschaft informieren. Falls der Jugendliche mit der bekannten Beschreibung dort auftaucht, werden die sich dann halt auch bei uns melden. Okay, wir kommen. 1.30 Uhr. Plötzlich muss es schnell gehen. Wir haben einen Raub auf dem Gräsch. Vier Personen sind flüchtig. Sofort rückt das Team des KDD zusammen mit vier weiteren Streifenwagen aus. Bekannt ist, dass ein Täter eine braune Jacke anhat und die Täter haben Fällerspray bei sich. Und wir fahren jetzt zur Hegelstraße, da werden wir den Geschädigten und einen Zeugen aufnehmen und befragen. Dann direkt im Tatenfeld eine Gruppe von vier jungen Männern. Als die Beamten wenden, läuft die Gruppe los. Ja, kann der braun gewesen sein. Jetzt laufen sie hoch wie immer noch raus. Die braunen Jacke dabei. Die sind jetzt weiter. Ja, genau. Die sind jetzt vor uns. Die sind vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, eine Raubstraft hat begangen zu haben. Das ist immens wichtig, dass man in solchen Situationen aufeinander aufpasst. Da sind wir entsprechend auch geschult, so im Rahmen von speziellen Ausbildungen. Da achtet einer auf den anderen, dass da auch nichts geschieht. Das ist natürlich total wichtig, weil das ist unser Leben und unsere Gesundheit. Das ist schon eine brenzende Situation für uns gewesen. Das kann man so sagen, ja. Wenn ihr die, kriegt ihr die alle vier mit. Wir sollen uns noch um den Geschädigten kümmern und den Zeugen. Also die sind erstmal alle vorläufig festgenommen. Alle vier, oder? Alle vier. Alle gehen erstmal mit hoch. Wegen Verdacht einer Raubstraftat. Raubstraftat. Was ist das passiert? Genau. Hier in der Nähe, in der Nähe, in der Leibnizstraße soll eine Raubstraftat bis jetzt sein. Okay. Wir sind hier in der Stadt gekommen. Das mag alles sein. Das wird sich alles klären. Okay. Genau. Wir sind eben hier die Hamburger Allee hochgefahren. Wir haben eine Personenbeschreibung gekriegt, dass einer der Täter, also es geht hier um eine Raubstraftat, die sich hier ganz in der Nähe, in unüberer Nähe in der Leibnizstraße abgespielt hat, haben wir eine Personenbeschreibung gekriegt, dass eine der Personen eine braune Jacke tragen soll. Und aufgrund dessen haben wir diese Personen gesehen. Die haben uns gesehen, sind weggelaufen, sodass für uns hier der Anfangstatverdacht darauf besteht, dass diese vier Personen mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Fuhrmann und sein Team begeben sich nun zu dem Opfer, um eine erste Befragung vorzunehmen. So, Fuhrmann, Kribus Schwerin, hallo. Nein, er ist voll ansprechbar. Alles wunderbar. Wunderbar, okay. Er hat weiter keine Verletzung außer Nase. Ja. Aber nicht gebrochen. Ja. Und Auge. Okay. Hallo. Hi. Alles gut, Bruder. Schön schön. Sagen Sie sich mir noch mal kurz, wir sind jetzt geschädigt, der getraft hat, genau, was passiert ist. Der junge Mann gibt an, er sei von vier Männern überfallen worden, mit einem Messer bedroht und es sei Pfefferspray gegen ihn eingesetzt worden. Sein Smartphone und Portemonnaie wurden entwendet. Bei der Aufnahme der Personalien dann eine Überraschung. Mensch, ***, du dich hier sucht. Das ist ein Ding. Als er mir dann die Personalien benannt hat und ich ihn dann auch gesehen hatte, also ich hatte ein Bild von ihm, da war mir klar, das ist die gesuchte Person, von der wir gerade die Vermisstenanzeige aufgenommen haben. Das ist dieser typische Kommissar Zufall, der da zum Tragen kommt und es passt in der Situation, so dass der Geschädigte dann nachher auch gleich in die Einrichtung nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurückgebracht werden kann. Ja, mit Ihnen zum Tatort. Für die Suche entsende ich den Schwarm 1017 und den Schwarm 1038. Herzlichen Dank. Immens wichtig ist es, im Team zusammenzuarbeiten. Also einer alleine wäre da mitunter hilflos. Da erwähne ich jetzt nur mal die Absuche nach den Tatmitteln. Das kann einer alleine nicht bewerkstelligen, dass, ich sag mal, vier oder sechs oder acht Augen sehen mehr als zwei. Und vier Köpfe oder zwei Köpfe haben natürlich ganz andere Gedanken, als wenn man alleine ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man im Team zusammenarbeitet und dass das auch klappt im Team. Die Suche bleibt allerdings ergebnislos. Auch die Befragung des Tankstellenpersonals bringt keine neuen Erkenntnisse. Danke, tschüss. Ciao. Zurück auf der Wache wartet schon der mittlerweile aus der Klinik entlassene Geschädigte auf die Ermittler. Wie geht es Ihnen auch? Gibt es besser? Ja, besser. Okay. Im Laufe der Befragung stellt sich heraus, dass der junge Mann die Täter anhand ihrer Kleidung identifizieren könnte. Gut, dann kommen wir mit. Die Beamten zeigen dem Jugendlichen die Jacken der vorläufig festgedannten Männer. Okay. Dann gucken wir einmal in Ruhe durch. Gut. Dann gehen wir erstmal einmal wieder zurück. Wir sind ja jetzt nicht zu einem zweifelsfreien Ergebnis gekommen, was den Tatverdacht gegen die Person betrifft. Das wird dann, nachdem wir das alles schriftlich verfasst haben, wird das in die Sachbearbeitung des Kriminalkommissariats Schwerin übergeben. Und die werden dann, wie gesagt, das Verfahren weiter begleiten. Und damit endet die Schicht für das Ermittlerteam am Samstagmorgen um 6 Uhr. Ja, ich wünsche dir jetzt vier. Dann gehen wir noch eine Gemung. Ja. Ja. Ja, ich wünsche dir gleich, aber komm guész. Ja. Ja.